Und hier auf der Seite stehen auch so kleine Nebenmissionen, lasst Azeis große Gongs erklingen, rette alle Ninjas und rette Azei ohne entdeckt zu werden. Das sind halt so optionale Missionen, soweit ich weiß. Ich glaube wir haben sogar eine Schriftrolle übersehen irgendwo, weil da unten jetzt die erste und der letzte leuchtet. Aber kann man nichts machen, ich habe ja gesagt. Und das sind die Azeis, die großen Gongs von Azei. Von denen gibt es vier. Wenn wir die alle gongen, vor allem gongen, kriegen wir die Nebenmissionen. Schauen wir mal, kommen wir hier oben durch? Ja! Das war jetzt schlecht. Das will ich jetzt nochmal probieren, das war jetzt nicht so geplant. Hat das sogar geklappt? Ich habe ungeahnte Talente. Ach schon wieder. Was ist das denn, wenn ich nur schaffe? Boah! Boah, komm schon. Also den will ich jetzt nochmal probieren, das zählt so nicht. So einfach lasse ich mich hier nicht abwimmeln. Boah! Ach, der hat den Gong gehört. So einfach lasse ich mich hier nicht abwimmeln. So einfach lasse ich mich hier nicht abwimmeln. Tadadadadabam! Wieder einer weniger. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass da drinnen jemand sein könnte. Ich soll das Licht ausschalten. Ich will nicht gesehen werden. Ich bin so hässlich. Deswegen habe ich auch noch eine Maske auf. Ninja 1 gerettet. Mal hier. Können wir hier hoch? Ja, da ist einer. Hier können wir, glaube ich, durchschießen auch, ja? Und er wird das nie erfahren. Ich habe irgendwie Angst, hier durchzuschauen, obwohl ich weiß, dass er mich nicht sieht. Durch die Lücke. Jetzt kurz warten. Jetzt ist ihm egal. Es ist einfach die Glühbirne explodiert. Kann schon mal passieren, oder? Ich habe es gerade gehört, dass du da bist. Du bist selber. Oh, oh. Es hat funktioniert. Ne, Mission ist noch nicht vorbei. Puh. Das war jetzt aber knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Mal, ich lese hier oben wer. Oh, ja. Oh, mein. Ich bin versteckt. Mich kann keiner sehen. So, ich hoffe mal, dass die noch in die Verstecke reinschauen können. Das wäre jetzt fatal. Obwohl, bis die bei mir sind, ist es ihnen sowieso wieder egal. Zwei Gegner töten. Das könnte jetzt ein bisschen anstrengend werden. Mal schauen. Ich muss irgendwie auseinander... Ach, die treiben sich auch selbst auseinander. Nummer eins. Was auch cool ist, wir können jetzt die Laika nehmen. Und hier hinter dem... Äh, in dem Versteck verstecken. Und niemand wird das hier erfahren. Wo es eigentlich komplett offensichtlich ist, aber... Anscheinend... Nein! Boah. Jetzt habe ich wahrscheinlich in die falsche Richtung gedrückt. Das kann natürlich auch passieren. Ich zeig dir immer einen Pfeil an. Und den... Ding, wo man hindrücken soll. Wenn man den falschen Pfeil drückt... Dann funktioniert es nicht richtig. Da unten ist ein Ninja. Den müssen wir retten. Also, der war jetzt unfair. Komm schon. Mal kommen wir da auch anders rein. Irgendwie von unten vielleicht. Vielleicht... Ja, hier ist... Kanalisation. Vielleicht... Ah, das war jetzt wieder so dumm. Nochmal. Einmal hier und einmal hier. Hey, du Leiche. Hast du wen gehört? Huh. Nicht? Schade. So, dass der nicht zu kooperativ ist? So. Aber diesmal war es richtig. Einfach ein bisschen Zeit nehmen hier. Wir töten so viele, wie wir können. Aber sie überwinden uns. Keine Sorge. Ich nehme es auch nicht übel. Hier haben wir einen W. Der kommt jetzt hier durch. Ich vertraue ihm irgendwie nicht ganz. Okay, der bewegt sich ja wieder weg. Was hat denn der... Oh, der ist ein bisschen aggressiv, he? Oh, der ist ein bisschen aggressiv. Oh, der ist ein bisschen aggressiv. Komm, komm. Nein. Oh. Oh. Was hat denn der mit seinem Sichtfeld jetzt gehabt? Der hat hinter sich geschaut. Einfach mal so. Dafür wirst du nicht irgendwie hier die Leichen ins Versteck reinräumen. Nein, nicht so. So, und jetzt... Okay, klappt nicht. Irgendwo kann man die Leichen noch verstecken. Rettet alle Ninjas, drei von vier. So, ach, hier geht es nochmal in die Kanalisation. Da waren wir aber schon. Schauen wir mal hier oben weiter. Den Gong haben wir. Das heißt, jetzt fehlen noch alle Ninjas und Rettet Asai, ohne entdeckt zu werden. Da wollte ich jetzt gar nicht drauf. Lieber unten rum. Ah, ha, ha. Hat der Fuck zurückgeholt. Keine Ahnung, was das bringt. Das wird schon nicht so schlecht sein. Dass das nicht auffällt, wenn hier so eine Luke aufgeht. Aber zuerst das Licht und dann... Ja, nicht... Ah. Ist gar nicht so einfach hier, die Steuerung mit dem Controller. Ah. Perfekt. Komm, check that out, will ya? Und wieder verstecken. Hey, woher merkt ihr das gar nicht, dass sein Kollege einfach mal... Äh, gerade eben... ...gestorben ist. Ich würde ihn jetzt nicht nochmal anbehalten. Ich weiß es nicht. Aber ich habe etwas gehört, von oben hier. Ich traue mich jetzt gerade nicht drauf zu gehen. Hey, buddy, bist du okay? Der liegt tot am Boden und du fragst, ob der okay ist. Nee. Ach, verdammt. Das will ich nochmal probieren. Das kann ich besser. Ah, ja. Ich hätte wahrscheinlich die Leiche jetzt... ...ääh, runterschmeißen sollen, weil das klappt. Glaube ich, dass wir die Leichen... Ja, ich habe es kapiert. Ich bin laut. Hm, was war denn das? Wir sollten mal hingehen und das anschauen. Geht, gefälligst beide rüber. Beide. Komm, 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 komm. Du hast nichts gesehen. Das wird auch dein Untergang sein. Der war jetzt gut. Ein Double Kill. Perfekter Double Kill. Ohne gesehen zu werden. Wie ein echter Ninja. Aber, ähm... Oh, halt super. Wollte ich jetzt nicht hin. Wie eigentlich hier in die Luke. Nein, komm schon. Danke. So. Okay, der ist noch ein Stück weg. Das heißt, der Ninja dürfte jetzt irgendwo... ...hier bald mal auftauchen. Hoffe ich zumindest. Wann mal. Zeit anhalten. Ach, den da oben treffen wir nicht. Geh mal ein Stück rüber. Genau, seht ihr das an? Lalalala. Der Himmel wird heute viel zu tun haben. So, was ist hier oben? Nichts. Was ist da unten? Nichts. Gehen wir weiter? Yes. Ach, das ist schon Meister Asai. Aber Asai will ich noch nicht retten. Such noch den Ninja. Tut mir leid, Meister. Boah, jetzt habe ich schon gedacht, hier steht einer. Dabei war das mein Schatten. Wann mal, wo könnte denn noch einer sein? Hier irgendwo. Muss ja irgendwo sein. So. Die Nebenmissionen nicht schaffen, weil ich zu faul war, überall durchzusuchen. Das ist nicht akzeptabel. Mal hier geht es runter in die Kanalisation. Ist ja vielleicht unten noch etwas. Ah, hier ist er. Hier ist mein Freund der Ninja. Kann man jetzt hier irgendwo hinschießen? Nee, dann warten wir mal, bis der wieder in den Rückweg antritt. Dann verlassen wir die Lüftung. Die Tiefe des A-Knopfes. Und bringen ihn leise und ohne Probleme um. So, das war Nebenmission Nummer 2. Da müssen wir jetzt nur noch unseren Meister, unseren Sensei retten, ohne dass er uns wer bemerkt. Dann haben wir alle drei Nebenmissionen geschafft. Ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Nicht direkt stolz auf mich. Ja, kann ja schon stolz auf mich sein, oder? Ja. Ich werde das jetzt einfach mal als Ja. Auch wenn ich keinen gehört habe. So. Mit der können wir den ersten erledigen. Der ist ein bisschen geschockt. Ein bisschen Panik hier gekriegt. Warte mal, schießen wir uns mal rüber. Und dann können wir den da unten erwischen. Jawohl. Der hat ein bisschen Panik. Zurecht. Kann man nicht anders sagen. Meister Sensei. Äh, Sensei. Meister. Ich glaube, das heißt das Gleiche. Perfekt geschafft, die Mission. Okay, perfekt. Wir haben mal ein paar Mal am Kontrollbuch neu gestartet. Aber es hat geklappt. Wir haben uns geblieben. Wir haben uns geblieben. Wir haben uns geblieben. Wir haben uns geblieben. Aber heute, unsere Schäden haben uns gefunden. Wir müssen zurückkommen. Wir werden uns kämpfen. Wir werden uns kämpfen. Wir werden uns kämpfen. Ich sah, dass das Tag kommt. Und so, ich habe einen Champion geblieben. Wir werden uns kämpfen. Er hat den ersten Mark. Er wird die Klan verletzt. ...at a terrible cost.